Herzlich Willkommen zur Rateshow bei Pörl TV. Teleshopping in seiner schönsten, aber definitiv auch in seiner ungewöhnlichsten Form gibt es jetzt für Sie, liebe Zuschauer. Und damit recht herzlich Willkommen zur aktuellen Ausgabe der Rateshow, natürlich nur hier bei Pörl TV. Auch heute haben wir uns wieder für Sie einen ganz besonderen Artikel aus unserem umfangreichen Sortiment für Sie herausgesucht. Aber noch halten wir ihn geheim und noch hält ihn Diana in ihren zarten Händen und zwar in dieser Kugel. Sie, liebe Zuschauer, sollen diesen geheimen gesuchten Artikel erraten und dafür werde ich Ihnen gleich im Anschluss insgesamt 10 Hinweise auf das geheime gesuchte Produkt in dieser Ausgabe der Rateshow mit auf den Weg geben. Und wenn der Artikel für Sie interessant ist, dann bekommen Sie natürlich auch die Gelegenheit im Anschluss an unsere Show gerne zu bestellen. Selbstverständlich tun Sie das wie gewohnt zu ganz besonderen Rateshow-Sonderpreisen. Sie sind bereit, Sie spüren dieses Kribbeln im Bauch, Sie sind neugierig, was es sein könnte am heutigen Tage. Dann raten Sie mit, hier kommt Hinweis Nummer 1. Hinweis Nummer 1 verrät Ihnen, dass der gesuchte Artikel in dieser Ausgabe der Rateshow batteriebetrieben ist. Hinweis Nummer 2 gibt Ihnen den Aufschluss auf eine Möglichkeit, ihn im Außenbereich zu nutzen, denn der gesuchte Artikel ist spritzwassergeschützt. Hinweis Nummer 3 ergänzt den zweiten Hinweis. Wir sprechen von einer Kunststoffummantelung. Hinweis Nummer 4 wird Sie wahrscheinlich verwirren, denn wir sprechen bei diesem gesuchten Artikel von einer kostenlosen App. Hinweis Nummer 5 verrät Ihnen, dass Sie nicht der Einzige sind, der den Artikel nutzen kann. Sie können ihn gerne verwenden für mehrere Benutzer. Wie passt das denn bitte zusammen? Haben Sie schon eine Idee? Vielleicht bringt Sie Hinweis Nummer 6 auf die richtige Spur. Wir sprechen von einem Sicherheitsgehäuse mit entsprechenden Schrauben. Hinweis Nummer 7 verrät Ihnen, dass Sie keinen Schlüssel brauchen. Deswegen bezeichnet man den Artikel als Keyless Go. Was kann das wohl sein? Hinweis Nummer 8 verrät Ihnen, dass wir ein extra starkes Stahlkabel bei diesem gesuchten Artikel dabei haben. Hinweis Nummer 9 macht es mit Sicherheit etwas deutlicher für Sie. Das geheime gesuchte Produkt in dieser Ausgabe der Rateshow ist ideal fürs Fahrrad geeignet. Hinweis Nummer 10 wird Sie sehr beruhigen. Vielleicht haben Sie schon eine Idee, vielleicht auch nicht. Vielleicht bringt Sie dieser Hinweis weiter. Wir sprechen von einem lauten Alarm bei einem Diebstahlversuch. Ich bin mir sehr sicher, dass nur ganz, ganz wenige Zuschauer diesem Rätsel auf die Schliche gekommen sind. Die Hinweise sind knackig am heutigen Tage. Sie möchten wissen, um was es geht? Dann kommt jetzt hier das geheime gesuchte Produkt. Ein sehr, sehr interessanter Artikel, liebe Zuschauer. Und ich glaube, dass wir Sie mit den Hinweisen dann doch ein wenig aufs Glatteis geführt haben. Es geht um ein wirklich fantastisches Schloss. Perfekt, um natürlich ein Fahrrad zu sichern. Ganz besonders auch dann, wenn es sich um ein teures E-Bike beispielsweise handelt. Aber auch ein Snowboard zum Beispiel oder einen Helm von einem Motorradfahrer kann man damit hervorragend gegen Diebstahl sichern. Das Schöne ist und deswegen der Hinweis auf Keyless Go. Sie brauchen für dieses tolle Schloss 80 Zentimeter lang, ein Zentimeter dicker Stahl. Also sehr, sehr schwer zu knacken. Noch nicht mal einen Schlüssel, denn das wird ganz einfach mit einer kostenlosen App geöffnet oder auch geschlossen. Das heißt, der Besitzer eines Handys, der Besitzer des Schlosses mit dem Handy in der Tasche nähert sich diesem Schloss. Es geht automatisch auf, wenn sich der Besitzer mit dem Handy wieder entfernt, schließt sich das Schloss wieder wie von Geisterhand völlig automatisch vorausgesetzt. Sie möchten das und Sie müssen nicht der Einzige sein. Sie können diese App und die entsprechenden Passwörter gerne auch für mehrere Personen bereithalten. Dementsprechend kann man mit so einem Schloss natürlich auch mal hervorragend zum Beispiel eine Kellertür oder Ähnliches sichern. Eine wirklich fantastische Möglichkeit, um mal hier an dieser Stelle auf einen Schlüssel zu verzichten und trotzdem maximale Sicherheit zu haben. Wir sprechen natürlich hier von einem Rateshow-Sonderpreis und der liegt bei gerade mal 28,88 Euro. Eine absolute Revolution, wie ich persönlich finde, bei uns im Programm hier bei Pöll TV. Und ich bin mir sehr sicher, dass die wenigsten diesem Rätsel auf die Schliche gekommen sind. Wenn Sie das Schloss haben möchten, dann können Sie es jetzt zum Rateshow-Sonderpreis bestellen mit der Bestellnummer NX1448 und der 569. Haben Sie es erraten? Waren Sie mit dabei? Dann seien Sie auch beim nächsten Mal wieder mit am Start bei der nächsten Ausgabe der Rateshow. Ich freue mich auf Sie.